Wir sehen uns heute mal Apple Maps zusammen an, denn seit kurzem kann Apple Maps auch im Browser aufgerufen werden und ist somit auch für Nicht-Apple-Nutzer verfügbar. Das heißt, man kann es auch unter Windows und mutmaßlich unter Android benutzen. Und wir gucken mal, wie sich Apple Maps schlägt im Vergleich zu Google Maps. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe es im Vorspann schon erzählt. Wir gucken uns heute Apple Maps im Browser an. Auf jedem Apple Gerät ist Karten zu deutsch vorinstalliert. Ihr seht hier im Hintergrund das Programm Karten oder Maps. Das finden wir im Launchpad und es heißt tatsächlich Karten. Das ist genau dieses Programm und das können wir jetzt eben seit einiger Zeit auch im Browser aufrufen. Das Ganze sieht so aus, ist ausdrücklich noch Beta. Im Gegensatz zur Vollversion des Programms ist das hier noch Beta. Wir haben auch wesentlich weniger Knöpfe, obwohl vielleicht sind die auch nur anders angeordnet. Also wenn man es direkt mal vergleicht, ich rufe mal Karten auf, dann sehen wir hier oben halt verschiedene Bedienelemente. Den aktuellen Standort anzeigen, Kartenmodusmenü. Hier können wir erkunden, fahren, den öffentlichen Nahverkehr einblenden und uns eine Satellitenansicht ausgeben lassen. Dann können wir hier auf 3D umschalten. Wir können Routen planen, ein neues Fenster öffnen. Wir können etwas teilen und wir können auf unser Profil zugreifen. So im Browser sieht das etwas übersichtlicher aus. Vorweg wollte ich nochmal sagen, weil es eben Beta ist, das Ganze funktioniert es anscheinend nur in bestimmten Browsern. Soweit ich gelesen habe, funktioniert es im Google Chrome, im Microsoft Edge und natürlich im Apple Safari Browser. Wir haben hier die Möglichkeit, die Kartenansicht zu ändern. Also wir sehen jetzt hier im Standardmodus auf Düsseldorf, das ist der Hybridmodus. Vermutlich braucht das einen Moment, um zu laden. Hier sehen wir also ein Satellitenbild, was mit Standardstraßenmarkierungen unterlegt ist, wenn ich es richtig verstehe. Und dann haben wir noch die Satellitenansicht, da können wir uns die Straßen ausblenden lassen. Eine 3D-Ansicht gibt es hier erstmal nicht, würde ich sagen. So viel zu dem Bereich Change the Map Typ. Show your current location, rotate the map. Also wir können die auch drehen, wenn wir das möchten. Ich finde es nach Norden ausgerichtet, aber schicker. Dann können wir es auch besser mit Google Maps vergleichen. Düsseldorf bei Google Maps. Auch da haben wir die Möglichkeit umzuschalten. Ich habe allerdings vergessen, wo. Muss ich zugeben, Ebenen vielleicht. Ja genau, hier gibt es also eine Satellitenkarte. Satellitenkarte auch genau das gleiche. Sieht halt alles ein bisschen anders aus. Hier ist automatisch auch die Hybrid-Ebene aktiv. Dann haben wir die Möglichkeit hier zu suchen, Guides anzuklicken. Ich weiß nicht genau, was das für eine Funktion ist. Ich sage da aber später nochmal was zu den Bewertungen. Vielleicht ist das sowas ähnliches. Vielleicht hat das damit zu tun. Außerdem können wir googeln, hätte ich fast gesagt. Wir können hier Fahrten planen. Leider ohne öffentliche Verkehrsmittel. Und das ist im Wesentlichen die App. Mal gucken, wie Apple das selber beschreibt. Karten. Apple Karten, Apple Maps, wie es im Original heißt. 2012 gestartet. War ein ziemlich holpriger Start. Wurde ziemlich stiefmütterlich behandelt von Apple. Am Anfang sehr schlechtes Kartenmaterial. Vieles hat gefehlt. Vieles wurde falsch dargestellt. Inzwischen haben die mächtig aufgeholt. Wir scrollen hier mal nach unten. Mach dich auf dem besten Weg. Navigation klar und einfach. Auf neue Arten die Welt entdecken. Führt dich an die besten Orte. Funktioniert nahtlos mit deinen Apple Geräten. Zeigt dir den Weg ohne dich zu verfolgen. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu Google Maps. Dann Thema Navigation. Fahren. Immer wissen, wo es lang geht. Öffentlicher Nahverkehr. Einsteigen, aussteigen. Schon da. Das funktioniert so semi gut. Kleiner Spoiler. Zumindest bei mir in der Gegend. Ich glaube in Großstädten dürfte das wesentlich besser sein. Gehen. Das läuft ja richtig gut. Also das ist eine sehr fancy Webseite. Immer wieder hier von Apple. Das ist halt so dieses Marketing-Geschwätz von denen. Entdecken. Detaillierte Stadtansicht. Eine private Stadtführung. Interaktiver Globus. Stadt, Land, Fluss, Regenwald. Ort, Ortskarten. Alles auf einer Karte. Suchen. Finde den richtigen Ort sofort. Flyover. Siehe es mal von oben. Expertise. Reiseführer. Freu dich auf viele neue Lieblingsorte. Kuratierte Vorschläge. Redaktionelle Experimente. Integration in alle Apple Geräte. Carplay. Ankommen ohne Ablenkung. Problemeereignisse. Infos einfach weitergeben. Hier kann man Unfälle melden und Gefahren. Einstellungen schneller zu allem was wichtig ist. Privatsphäre, Datenschutz und so weiter und so fort. Man kann Apple Maps sogar in die eigene Webseite integrieren. So beschreibt Apple selber seinen Dienst. Und wir wollen jetzt mal noch ein bisschen ins Detail gehen. Also ich habe gelesen, ich weiß gar nicht mehr wo, aber ich habe gelesen, dass beide Karten ihre Stärken und Schwächen haben. Inzwischen soll Apple Maps wesentlich aktueller sein. Also die verwenden hier wesentlich aktuelleres Kartenmaterial als Google. Bei Google ist das alles so ein bisschen veraltet. Warum auch immer. Ebenfalls sehr gut sein soll Apple Maps im Bereich Verkehr. Unfälle und solche Sachen werden anscheinend viel schneller und viel präziser dargestellt. Ich habe das selber noch nie ausprobiert. Ich fasse nur zusammen, was ich in den letzten Tagen so gelesen habe. Soll in diesem Bereich wesentlich besser sein. Akkurater auch. Die ganzen Fehler, die es früher gab, die sind weg. Apple hat inzwischen neues investiert in neues Kartenmaterial. Es wurden diverse Bugs beseitigt. Es wird jetzt besser dargestellt. Alles gibt keine Fehler mehr bei der Darstellung. Andersrum muss man aber sagen, Google Maps ist viel besser, wenn es um Hotel- oder Restaurantbewertungen oder ähnliches geht. Ihr könnt hier irgendwas anklicken. Habt dann eine Anzeige. Das ist die Espresso Perfetto Deutschland GmbH. 601 Rezessionen. Ein Kaffeegeschäft. Ihr wisst, wie das funktioniert bei Google Maps. Also das ist so auch ein Social Network, könnte man sagen. Und bei Apple Maps ist das anders, weil die haben diesen Unterbau nicht mit dem Social Network. Wir können auch hier mal nach Espresso Perfetto googeln, suchen. Espresso Perfetto Düsseldorf. Und hier verlässt man sich eben auf externe Bewertungen. Also man verweist hier auf TripAdvisor bzw. auf Yelp. Man kann selber nur bedingt beitragen. Man kann inzwischen aber beitragen, Fotos hochladen. Ich glaube auch einen kurzen Kommentar schreiben. Das aber alles nur über die App, wenn man angemeldet ist. Hier gibt es wohl anscheinend noch gar keine Möglichkeit, sich anzumelden. Ja und auch hier sehen wir lauter kleine Icons. Und inzwischen können die Geschäftsinhaber hier ihren eigenen Ort beanspruchen sozusagen und sich dort eintragen und sich dort finden lassen. Immerhin. Also auch in dem Bereich hat Apple kräftig zugelegt. Also vergleicht die beiden Anbieter mal, wenn ihr auf Reisen seid. Was ist eure Meinung zu dem Thema? Was findet ihr besser? Google Maps, Apple Maps? Das würde mich mal interessieren. Dann hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar zum Thema. Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Oder beides. Glocke drücken nicht vergessen. Wichtig, dann werdet ihr zeitnah informiert, wenn ich ein neues Video auf meinem Kanal poste. Und dann sind wir auch schon wieder durch für dieses Thema. Beziehungsweise für die Apple Maps Webseite. Vielleicht gehen wir nochmal in der App detaillierter auf die Software ein. Weil das hier ist wie gesagt Beta und sehr eingeschränkt. Man kann sich nicht anmelden etc. Wenn euch das interessiert, schreibt es ebenfalls in die Kommentare. Und dann bin ich jetzt noch fertig und raus für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020